Ja hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Chivalry. Ja ich habe mir gedacht ich nehme jetzt einfach mal eine neue Folge auf. Ich hatte davor vor 5 Minuten eigentlich noch eine aufgenommen aber die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ja, join the pool. Ich habe mir überlegt wir spielen ein bisschen Duell 1 gegen 1 und dann sehen wir einfach mal wer mehr Skills als ich hat. Stimmen nicht viele. Okay, ich glaube wir sollten uns... Okay, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen aber egal. So, was? Mehr Ausdauer erhalten wir dadurch? Ist auch größer. Hm, allgemein ist das Stück besser an sich, komischerweise. Was macht hier am meisten Schaden? Okay, dann nehmen wir das mit mehr Tempo. Und dann steigen wir ein. Ja, Spoonboy vs. Nuka. Wer wird hier gewinnen? Oh, Mist, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ja, guck mal her. Ja, of course. Ja, und da macht der Spoonie den ersten Hit. Ausweichen weiß ich jetzt auch wie das geht. Au. Ach, ich bin schon ausgepowert. Spannende Sache hier. Komm her du, komm her. Was machst du? Okay, ich bin vielleicht... Uh, was war das für ein Move? Da sind wir gut ausgedocht. Brennen wir doch kurz mal weg hier. Oh, da haben wir ihn. Nein, da hat er uns. Okay. Nuka, das hast du gut gemacht, aber nächstes Mal bist du dran. Ja. Da krieg ich dich. Uh. Weitere Runde Nuka. Okay. Diesmal rennen wir einfach mal gleich rein und sind wir nicht so eine Pussy. Oh, da hat er uns gut ausgedocht. Nein. Da hat er uns schon wieder. Welche Säule bist du eigentlich, Nuka? Joint Pool. Wir sollten vielleicht doch... Ich glaube, ich nehme mal den hier. Geh mir mal vollkommen auf Schaden. Oh. Ar...Ataros? Okay. Den haben wir jetzt eigentlich gar nicht herausgefordert. Welches Level ist der denn? 28. Ja, das ist natürlich wieder mal richtig fair hier. Oh. 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 Wir haben ihn niedergestreckt, Leute. Wir haben ihn niedergestreckt. Oh. Oh. Meine Güte. Das war jetzt mal richtig cool. Agatha is finished. Ja, is finished. Er ist gefinisht. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen lachen hier. Oh. Wir können nicht blocken. Okay. Okay. Okay, dann kommen wir hin. Oh, da haben wir ihn. Nein. Da hat er uns. Da habe ich zu früh geblockt. Knappe Sache, Arthaus. Aber jetzt geht es gleich weiter hier. Okay. Get ready. Letzte Runde. Was haben wir? Wir haben hier noch eine Rauchgranate. Darf ich die... Ah. Ja. Na super. Warum fängt das jetzt an zu laggen hier? Was soll das? Hä? Was? Wir haben gewonnen? Okay. Okay. Was haben wir... Was ist denn jetzt passiert? Victory. Hm. Hat er das Spiel verlassen? Und warum... Warum sind wir jetzt... Okay. Wir sind jetzt auf einmal gegen Agrile. Oder wie er auch heißt. Es fängt... Hm. Was ist mit dem Ping los? Au. Nein. Okay. Das war jetzt blöd von mir, dass ich da noch runtergesprungen bin. Aber warum? Also... Agatha's Will ist broken. Ja. Meine Beine sind auch broken gewesen. Als ich da mal runtergesprungen bin. Au. Er hat uns getroffen. Warum leckt das so kacke? Leck. Ach man. Schade. Dann würde ich sagen, wechseln wir doch einfach mal den Server, wenn das hier so doll leckt. Und dann... Ja. Sehen wir uns gleich. So. Da bin ich wieder. Jetzt mal mit dem Modus bis zum letzten Mal. Keine Ahnung, was das für ein Modus ist. Wir sollten vielleicht mal den Ritter nehmen. Den habe ich auch einmal ausprobiert gehabt. Und ich muss sagen, der hat mir relativ gut gefallen sogar. Mit dem Schild hier. Mit seinem Morgenstern. Der ist ziemlich cool. Der schwingt den dann immer so rum. Okay. Also wie ich das sehe. Ist das so gemacht, dass wenn jemand stirbt, dass er dann für immer tot ist. Hm. Wir haben noch 2 Minuten 15, bis die Runde endet. Sind wir im Gewinnerteam? Ja, wir sind... Hm. Diese Runde... Gewinnen wir, glaube ich. Aber allgemein sind wir noch nicht auf dem ersten Platz. Warum hilft er eigentlich nicht seinem Kollegen? Das ist dann schon ein bisschen... Ja, wer wird hier gewinnen? Der Merados oder der Drunken Garbage Man? Komm, Garbage Man, das schaffst du. Yes. Gut gemacht. Ja, jetzt wird er auch noch natürlich ein bisschen getriebekt hier. Das muss natürlich auch sein. So, wie viele Leute haben wir denn? Oh, jetzt geht weiter. Okay. Jetzt können wir auch mal mitmachen. Folgen wir doch einfach mal dem schwarzen Ritter hier. Der sieht ja mal richtig cool aus. Wie kann man sich so schwarz machen? Ja. Coole Sache, du. Folgen wir ihm mal. Okay, wir müssen alle... Alle Blauen kaputt machen hier. Oh. Uh. Beschützt uns. Yes. Danke dir. Oh, ne. Ich wollte Danke sagen und nicht Ei. Fünf. Okay, dann folgen wir ihm einfach mal. Er hat uns gerade das Leben gerettet. Ich als Vollnubier. Uh, wir werden beschlossen von rein, da hinten. Oh. Okay, okay. Alle rein hier. Rein hier. Uh. Und. Ja, gut. Da kamen wir natürlich wieder mal voll zu spät. Aber wir können ja mal lachen. Hä? Was ist hier los? Oh. Ja, die haben gerade Spaß gehabt noch mit dem Charakter. Okay, das waren alle. Okay. Wie können wir denn hier hin? Geht's nach oben? Sind wir rot? Sind wir rot? Ja, wir sind rot. Uh. Ja, ja, ja. Aha. Jetzt hast du aber ganz schön Arme. Wir haben noch... Ich hab ausreichend gedrückt, eigentlich. Ja, dann... Oh, oh. Wir werden... Eingeengt hier. Das ist ja mal eine Sache, dass wir jetzt noch leben, Leute. Und... Nein! Hä? Mein Teammate hat mich erschlagen. Alles klar. Oh mein Gott. Ich noch mit meinem Level 1 hier. Ich frag mich, wie man eigentlich aufsteigt. Ob das wirklich dann so ewig dauert, oder ob man dann einfach nur Skill haben muss. Oh. Waren wir denn die letzten Feinde? Hier. Hier haben wir ihn. Oh. Sieht schlecht für die beiden aus. Ne, Moment. Das sind ja... Guckt euch den an. Wie er weg wird. Oh, jetzt, jetzt. Das war's. Das war's für ihn. Und... Oh, er hat aber lange überlebt. Also... Ja. Das wird natürlich wieder in seine Einzelteile zerlegt hier. Wo ist denn der Schwarze Ritter? Folgen wir ihm doch mal. Das wollten wir eigentlich ganz am Anfang schon machen. Guckt euch mal den Morgenstern an. Diese Physik. Uh. Okay. Moment, Moment. Er ist blau. Botten wir ihn doch einfach mal. Ja, kommt mal hier hoch, hä? Uh. Haben wir ihn jetzt noch vermischt? Oh. Okay, das sieht sehr schlecht für uns aus. Und da sind wir auch schon down. Wenn da drei, vier Leute auf uns gleichzeitig gehen, ist das natürlich dann nicht so toll. Vielleicht sollten wir einfach mal die Klasse. Wir können keinen Bogenschutz mehr nehmen. Hm. Vielleicht können wir im gegnerischen Team... Nee. Im gegnerischen Team können wir auch nicht mehr wechseln. Dann nehmen wir uns doch einfach mal diese Klasse, mit der ich eigentlich schon des öfteren mal Erfolg hatte. Wo wir erst in dem Duell diesen Herren... A, A. Irgendwas mit A niedergestreckt haben und dann sogar noch gewonnen haben. Mit der Klasse. So. Ich habe ja nicht was. Was ist denn los? Uh. Moment, welches Team wir sind? Wir sind doch rot. Das sieht sogar ziemlich gut für uns aus. Wir haben gewonnen. Also diese Runde zumindest. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. I am so sorry. Also die... Die Stimmenvertonungen hier, die sind wirklich genial. Und im neuen Addon, das kann ich euch versprechen, das ist wirklich... Also da habe ich mich schon schlapp gelast. Schade, dass ich das da nicht aufgenommen habe. Die sind wirklich echt... Wirklich... Ja. Da fehlen mir die Worte dazu, so lustig sind die. Jetzt. Oh, da hätten wir fast unseren T-Mail erwischt. Warum duckt er sich? Oh. Okay, dann gehen wir doch jetzt mal zum... Oh, äh. Zum Bogenschützen. Oh. Warum kommen wir immer zu spät? Ich möchte auch mal helfen. Oder helfe ich, indem ich einfach hier abwesend bin? Also nicht helfe, oder wie? Okay. Da drüben. Jetzt helfen wir mal unseren schwarzen Kollegen hier. Oh. Das gibt's nicht. Mann. Ich bin so schlecht. Warum? Warum? Aber naja, wir haben... Ich habe schon einen 28er-Milie gestreckt. Oder irgendwas mit 20 war der doch. Also so schlecht kann ich ja nicht sein. Oh, wir können sogar in die First Person wechseln von der Person. Warum hat die so einen blauen Arm? Ich glaube, da ist noch irgendwie ein Fehler. Hahaha. Hm. Vielleicht, vielleicht... Ja, okay. Ich glaube, ich wechsel... Wir können ja nicht den Bogenschutz nehmen. Den würde ich jetzt so gerne nehmen. Nehmen wir mal diesen hier. Oh. Okay, wir können also nicht diese Doppelachs nehmen, wenn wir... Können wir überhaupt was anderes nehmen, wenn wir die Doppelachs nehmen? Sieht nicht so aus. Okay. Dann nehmen wir nächste Runde die Doppelachs. Warum hat der nur zugeschaut? Das verstehe ich nicht. Also... Ich meine, wir haben gewonnen, ja. Aber... Wenn dort mein Teammate wäre oder wenn ich dort bin alleine, dann würde ich auch gerne wollen, dass mir jemand hilft. Oh. Warum? Wer wartet? No. Der sagt, nee. Nee, ist doch ein bisschen schwedisch, oder? Okay. Und... Oh, den hätten wir fast erwischt. Dann gehen wir doch einfach mal hier von hinten. Und... Ja. Den haben wir schön was von hinten gegeben. Und... Ja. Ups. Das war der falsche. Okay, also wir... Ich glaube, diese Klasse ist doch ein bisschen besser für mich. Dann mache ich einfach nur einen Schlag und dann renne ich erstmal weg wieder. Haben wir überhaupt keine Ausdauer eigentlich? Ich sehe die gar nicht. Ich nehme auch nicht. Warum greifen die mich eigentlich an? Meine Teammates. Das ist schon ein bisschen... Füllen. Füllen sich alle selber hier. Ja, sorry, hätte ich jetzt auch gesagt. Und... Den hätten wir fast in der Luft. Oh. Was ist hier los? Okay, dann machen wir jetzt auch mal das, was die machen. Kopf ab. Kopf ab. Ja. Okay, wir haben es nicht drauf. Delete mit Nee. Und Insert mit Ja. Nee, der hat ja nur 13% Team Damage. Also... Delete. Delete. Gut. Wir haben No gesagt. Warum sagen da welche Ja? Leute, dieser Typ hat nur 13% Team Damage. Das heißt, der hat nur ab und zu mal aus Versehen das Team getroffen. Okay, vielleicht hat er einen Kill gemacht, aber wir wissen es nicht. Und... Ja, ich strecke mir noch nie da. Okay, haben wir jetzt gewonnen? Haben wir jetzt gewonnen? Haben wir jetzt gewonnen? Hallo. Warum stirbt ihr nicht? Uh, jetzt haben wir ihn. Okay, wir haben gewonnen. Cool. 725 zu 665. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Oder beziehungsweise genauso gefallen wie mir. Und wenn ja, dann drückt doch einfach mal auf den Like-Button. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020